Ich glaube, unsere Arbeit ist, auf der Bühne zu sein. Natürlich ist es lustig und super im Ballettsaal und die Probe und alle. Aber am Ende ist es wichtig, auf der Bühne zu sein mit einem Publikum. Es ist sehr schwer zu sagen, was Theater leisten sollte. Für mich bedeutet alles mein Leben. Ich habe mit neun Jahren angefangen zu tanzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Leben ohne Theater, ohne Tanz oder ohne Musik. Meine Arbeit als Ballettsmeisterin heisst, zu putzen, wie wir sagen. Das heisst, ich muss sicher sein, dass sie alle zusammen tanzen. Oder sie sind alle in der besten Form und alle sind absolut top. Das heisst, ich muss auch ein bisschen ein Psycholog sein für unsere Tänzer. Sie brauchen manchmal ein Wort oder einfach etwas zu sagen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für mich, diese human side of the job. Ich denke, dass der große Unterschied zwischen Theaterschaffenden ist, besonders im Tanz, ist das Disziplin. Wir haben, glaube ich, eine Disziplin von Anfang an, das bleibt bei uns, unser ganzes Leben. haben wir sich. Drei. Dausten, dausten. avaş. Untertitelung des ZDF, 2020